Hallo, ich bin Daniel Fugixler in Waxenburg und wir machen heute ein Interview mit... JP von UMADPRO. JP von UMADPRO, was machst du für die Leute, die dich nicht kennen? Polos sehen. Nein, ich mache Bilder auf Conventions. Und ich stelle dir auf meiner Seite UMADPRO-Vertag für Anleihen. Okay. Wie lange bist du schon in dem Geschäft mit den Bildern? Bildern? Also fotografieren auf CONS seit ungefähr drei Jahren. Ich habe auf der CONINCI vor drei Jahren ungefähr angefangen. Und seit gut zwei Jahren habe ich meine Facebook-Seite. Wie bist du vor drei Jahren drauf gekommen? Von einem guten Kollegen, der gesagt hat, ist interessant, hat irgendwie so eine Inspiration gehabt auf den Traum. So, ich sehe einen Horizont mit Meer, mit Sand, eine Blume, die rauskommt. Und hat dann gesagt, ich will das machen. So in der Art. Es war halt bei mir so, ich hatte immer schon Spaß an der Fotografie. Und war als Cosplayer früher auf Conventions unterwegs. Und habe immer die Leute so geil gefunden, die so hier mit der Kamera ein bisschen mehr gemacht haben. Ich dachte immer so, boah, das ist richtig geil, hätte ich auch Bock drauf. Und dann habe ich mir eine Einsteigerkamera geholt und einfach mal losgelegt und mal geschaut, wo es mich hinführt. Und es hat mir echt so viel Spaß gemacht, dass ich immer noch dabei bin. Und auch auf Conventions in ganz Deutschland fahre und dort fotografiere. Wie kommt man tatsächlich vom Cosplay aufs Foto machen? Das muss man jetzt mal erklären. Das ist eigentlich ganz einfach. Also, du hast einen Cosplayer an. Und dann hast du so dein Zeug und du stehst irgendwo und irgendjemand macht ein richtig scheiß Bild von dir mit dem Handy. Und du denkst so, das Bild ist echt kacke, das sieht echt total scheiße aus. Du siehst dann andere Fotos von anderen Leuten, die da gemacht wurden. Jemand mit einer richtig guten Kamera und denkst so. Oder du denkst, oh, das ist die Kamera und daran hängst. Das denkt man dann am Anfang so. Und dann sind die Bilder echt bombe. Du denkst so, boah, cool, alles scharf, Hintergrundscharf, geil. Wie kriege ich das hin? Und dann habe ich mich damit befasst. Und habe einfach mal so privat angefangen, auch mehr zu fotografieren. Weil es hat mir immer schon so Spaß gemacht. Ich hatte früher eine Kiki-Cam und damit halt rumgeknipst. Und ja, dann habe ich teilweise beides gemacht. Also Cosplay und fotografiert. Aber wenn du so ein Cosplay hast, hast einen Mantel, Schwerter und hast dann die Kamera und ein Fototrolley und ein Stativ. Du kannst nicht alles tragen. Es geht nicht. Das ist unmöglich. Oder du bringst Leute um. Und das ist in Deutschland halt verboten. Also musste ich mir entscheiden, was mache ich. Dann habe ich mir gesagt, okay, ich bleibe ein bisschen mehr mit Fotografie. Das hat auch ein bisschen so, ist komfortabler. Man schwitzt sich im Cosplay eine Tod, wenn es draußen 30 Grad sind. Oder man friert sich keinen Arsch ab, wenn es draußen nur 10 Grad sind. Und ja, so bin ich halt tatsächlich an die Cosplay-Fotografie gekommen. So einfach wie das vielleicht klingt. Dann teilst du, machst du hauptsächlich nur Cosplay-Fotoshooting oder auf Konzfoto rumläufst. Oder machst du auch noch andere Sachen wie Landschaften, alte Gebäude, Fotografieren, Filme. Oder was machst du sonst generell noch außer Cosplays? Ja, also generell, ich würde sagen, Landschaftsfotografie macht mir super viel Spaß. Also ich bin jetzt auch ein bisschen mehr dran, tatsächlich etwas mehr auch in Landschaftsfotografie reinzugehen. Auch generell so einfach normale Porträts zu machen. Man muss jetzt zwingend Cosplayer sein. Cosplayer finde ich halt clever. Ich mag halt Animes und so, geb halt gut ab. Und ich kann mich mit der Materie halt sehr viel auseinandersetzen. Ich bin zum Beispiel durch die Cosplayer zu dem Spiel League of Legends gekommen. Weil ich habe immer die Leute gesehen, die rumgelaufen sind. Ja, ich bin jetzt, keine Ahnung, Katharina. Da habe ich gewusst, ah ok, sie ist Katharina. Und dann frage ich sie später, hey, wer bist du? Und sie so, ja, ich bin Katharina. Und ich dachte so, komplett unterschiedlich. Und da zum Beispiel bin ich an das Spiel gekommen. Aber um zurückzukommen auf die Frage. Tatsächlich wird es in der Zukunft auch mehr in Landschaftsfotografie gehen. Auch ein bisschen rumreisen. Ich habe vor, nächstes Jahr in die Schweiz zu fahren. Dort ein bisschen zu fotografieren. Schottland steht auf dem Programm. Also die ganzen Fotospots in Europa abzuarbeiten. Weil die Landschaft ist geduldig, die hat Zeit, die beruhigt, die entspannt. Und Fotografie soll ja auch ein bisschen inspirieren, ein bisschen entspannen. Und Solokon ist halt immer sehr viel im Stress. Das heißt, man ist am rumrennen, man macht Bilder hier, man macht Bilder da. Hat die Programmpunkte, die man sich anschauen will. Und im Nachhinein muss man die ganzen Bilder noch bearbeiten. Und das ist halt, was die meisten Leute nicht sehen. Ist halt einfach die ganze Zeit, die hinter Bildern hängt. Wenn du 500 Bilder hast. Und die machst du mal so in sieben, acht, neun, zehn Stunden auf einer Con. Dann hast du 500 Bilder und bearbeite mal 500 Bilder. Und die Leute denken dann so, ja das sind zwei, drei Klicks. Ja das sind zwei, drei Klicks und dann nochmal ein paar Stunden in Photoshop. Und dann, das ist halt so die Relation. Es kostet halt alles sehr viel Zeit und Landschaftsfotografie ist zum Teil, du kannst sehr viel schon in der Kamera lösen. Es ist entspannt ein bisschen. Wenn man sitzt da manchmal so eine Stunde und schaut in den Wolken zu und drückt ab und zu mal auf den Außen. Dann ist es echt richtig entspannt und chillt. Okay, das heißt, wie ich jetzt rausgehört habe, hast du dich evaluiert. Das heißt, du bist von einer kleinen Raupe in deinen Kokon rein geschlüpft und jetzt versuchst du dich weiter zu entfalten. Mit dem Thema wurde ja gesagt, dass wir in der Landschaft ein guter Freund von mir, der macht auch Bilder. Der war irgendwo am Strand gewesen, hat er auch die Garten und hat sich lange belichten lassen. Du hast wirklich die Streifen, das sah genial aus. Das ist verdammt schwer, kann ich mir vorstellen. Aber die Evolution, wo du machst, wird das auch dein Ding sagen, wo du sagst, okay, ich arbeite eben dann so mit Effekten, dass ich länger belichten lasse und dann, dass etwas rauskommt, wo du am Anfang gar nicht so siehst auf den ersten Blick. Ja, das ist genau der Zauber an der Landschaftsfotografie. Also eine Langzeitbelichtung, du brauchst halt entsprechende Filter dafür, um es realisieren zu können. Das sind ND-Filter, also neutral-dichte Filter. Habe ich schon. Du hast auch Verlaufsfilter, die dann einen Teil des Bildes auf dem Himmel abdunkeln. Und du kannst dann die Filter kombinieren und dann eben diese Effekte, wie du sagst, die Wellen ziehen langsam hin, wo du denkst, so der Normale sieht nur so Spritzwasser. Und auf dem Bild ist auf einmal dann so schön fließendes Wasser um ein Stein. Eventuell ziehen die Wolken sogar noch, je nachdem. Du kannst auf Photoshop zum Beispiel zwei Bilder machen. Du machst eine Belichtung für das schön fließende Wasser. Das ist, sagen wir mal, eine halbe Sekunde oder eine Sekunde. Und eine zweite Aufnahme vom Stativ mit den gleichen Einstellungen über drei, vier Minuten, wo einfach die Wolken vorbeiziehen. Und diese Teile legst du nachher in Photoshop übereinander und kombinierst sie, um ein Resultat zu bekommen, was du in echt so gar nicht sehen könntest, weil es faktisch unmöglich ist, weil du mit zwei komplett unterschiedlichen Belichtungen arbeitest. Das ist halt das, was auch Spaß macht nachher, das zu sehen und dann zu fotografieren. Wenn jetzt, wenn jetzt irgendeiner sagt, ich will das auch machen, das inspiriert mich, dass sowas machen kann, soll ich sofort mit einem professionellen Photoshop anfangen und sag mal, okay, versuch mal die Standard-Sache, nehmen wir eine Kamera, die zum Beispiel nur 75 Euro kostet, gucken, ob das Spaß macht oder würdest du sagen, wenn das macht, mach es sofort richtig? Das kommt auf dem Geldbeutel an, ne? Also wenn man jetzt aus Luxemburg kommt, da hat man natürlich die Asche, ne? Mir spaß war es einfach. Ne, aber wenn man, das ist natürlich in der Tat so. Wenn ihr euch Equipment kauft, ich würde niemals mehr jetzt eine Kamera für 2.000 Euro als Einsteiger kaufen, weil ich hab keine Ahnung, das ist genauso, du setzt dich in einen Ferrari, fährst mit dem und fährst gegen den Baum. Das bringt nichts. Es bringt auf der anderen Seite auch nichts mit einer Kamera zu starten, die vielleicht einen Fuffi kostet, wenn du solche in der Landschaftsfotografie zumindest Effekte erzielen möchtest, weil es ist immer ein Vorteil, wenn du zum Beispiel zumindest das Objektiv abschrauben kannst oder mal aufsetzen kannst. Das heißt, so im Rahmen von einer Kamera, so bei 300 Euro geht es los. Da würde ich sagen, da macht es Sinn. Es ist wichtiger, mehr Geld in die Hand zu nehmen für ein gutes Objektiv, aber man kann auch mit einem Kitter-Objektiv im 1855 von Canon, was dabei ist, auch schon vernünftige Bilder machen. Aber wenn man halt so einen Filter draufschraubt, kannst du mit der Kamera genauso Langzeit-Belichtung machen wie mit einer Kamera für 2.000 Euro im Prinzip. Also die Kamera bietet auch diese Technik natürlich. Letztendlich würde ich sagen, wenn man für die Zukunft investiert und diese ganzen Kameras sind ja immer so systemgebunden. Das heißt, wenn du grundsätzlich, du machst Canon, dann brauchst du Canon-Objektive. Du machst du Nikon, dann brauchst du Nikon-Objektive. Sony ist eine Ausnahme, du kannst teilweise Objektive adaptieren, das ist ganz cool. Aber es ist natürlich auch immer eine Folge-Investition. Das heißt, man sollte sich schon überlegen, wo soll die Reise hingehen. Weil den Fehler, den ich gemacht habe, ich habe mir eine Digicam gekauft, habe die Digicam verkauft, habe mir eine Bridge-Kamera gekauft mit so einem festen Zoom-Objektiv, hatte die nach einem halben Jahr wiederverkauft. Habe mir dann die erste Spiegelreflex-Spiegellose-Kamera gekauft, habe die nach einem Jahr wiederverkauft. Und so ging das Spiel ein paar Mal weiter. Du machst bei jedem Kauf und Verkauf natürlich einen Verlust. Ganz klar. Vor allem, wenn du Systeme wechselst. Von Fuji auf Sony und dann von Sony AMON auf E-MON. Es kostet halt alles wiederum Geld. Du musst es verkaufen, die Zeit in Ebay reinsetzen. Das ist halt alles ein bisschen tricky. Deswegen würde ich sagen, such dir ein System aus. Frag deine Freunde, was sie eventuell haben. Also wenn du zehn Freunde hast, die alle mit Canon fotografieren, dann würde ich tendenziell sagen, kauf dir eine Canon. Wenn du zehn Freunde hast, die eine Nikon haben, dann kauf dir vielleicht eine Nikon. Weil du kannst, wenn du die Kamera hast und dein Kumpel hat ein Objektiv und genau das Objektiv brauchst du, dann leistest du es dir halt aus. Das spart dir Geld. Das ist super easy, super einfach. Und dann hast du eventuell auch von deinem Kumpel schon die Filter. Oder von einem Kumpel B irgendeinen Blitz oder sowas. Egal was du vorhast. Da würde ich mich einfach orientieren und die Kameras im Einsteigerbereich, ob das jetzt eine Canon 1300 ist oder eine Nikon vergleichbar oder eine Canon 80D oder was weiß ich was, die nehmen sich alle in der Grundsubstanz nicht viel. Die sind alle sehr ähnlich. Und wenn du Landschaften fotografieren möchtest, kannst du theoretisch das mit jeder Kamera machen. Solange du halt, sag ich mal, Filter aufschrauben kannst, musstest du darauf achten, und dass du guckst, dass die Kamera ein austauschbares Objektiv hat. Da kann zum Beispiel Ultraweitwinkel gehen, aber zum Beispiel auch ein Telesub haben, um Sachen wie Weitwechseln da ranzuholen. Okay. Das war relativ viel Info in kurzer Zeit. Einfach das Video dann noch zwei, drei, vier, fünf Mal holen. Oder wenn ihr Fragen habt, auch gerne einfach hier mir bei YouMap-Vortrag und für ihr Facebook eine Mail schreiben, eine Nachricht schreiben. Kein Problem, ich bin vielleicht da. Alles gut. Moment, jetzt kommen wir dann zur letzten Frage. Wenn man irgendwie mehr über dich erfahren will oder dich buchen will, wo kann man das machen? Ach so, ja, man kann mich buchen, ist natürlich zu viel gesagt. Ich mach das alles so Hobby-mäßig, also ich verdiene mir der Sache hier mit dem ganzen Scheiß kein Geld. Also wirklich, es ist alles nur Hobby, wie quasi jeder Fotograf, der hier rumrennt. Alle eigentlich das nur Hobby machen. Das heißt, jeder, der sich hier hinstellt und fotografiert, das ist denen ihr Hobby, das ist denen ihre Freizeit. Deswegen, egal welcher Fotograf euch fotografiert, wertschätzt das. Denn er hat mit seinem eigenen privaten Geld diese Kamera, das Objektiv, den Blitz und allen Scheiß gekauft, ist zur Con hingefahren, hat dort ein Hotel gebucht und das ist alles Freizeit. Das heißt, buchen ist immer ein bisschen schwieriger, aber man kann mich natürlich anschreiben für Fotoshootings. Auf Facebook, gemeldet.photography, mir einfach kurze Mail schreiben. Ich komme aus der Nähe von Saarbrücken, also jetzt hier in März, ich quasi heimspiele. Ich fahre bestimmt nicht nach Berlin für ein Funk-Shooting. Außer ihr bezahlt mir einen Flug, um Gottes Willen, kein Ding, da bin ich flexibel. Aber alles im Umkreis ist auf jeden Fall drin. Mehrfach schreiben, wenn ihr Fragen habt zu Sony, zu Systemwechsel, zu Sony oder sowas. Kein Problem, könnt ihr gerne machen. Für die Landschaftsfotografie gibt es von mir eigentlich noch nicht so viel zu sehen bisher. Es gibt ein paar Fotos, die ich inzwischen online habe, aber es ist inzwischen auch sehr, sehr, sehr wenig. Und da wird es auch in Zukunft eine zweite Seite von mir geben, die dann speziell nur für Landschaftsfotografie ist. Also die Gemeldfotografie wird definitiv cosplay-lastig bleiben. Aber eine andere Seite, die es dann in der Zukunft geben wird, die wird dann wirklich auf die Landschaftsfotografie gehen, weil man kann nicht beides gleichzeitig fahren. Das ist immer schlecht. Auch als Tipp für Facebook, sucht euch eine Zielgruppe und bleibt bei eurer Zielgruppe, weil Splitten ist immer ein bisschen schwierig. Ich rede sehr viel, man merkt es. Gut, ich danke für das Interview. Es war wirklich informativ. Es war gut, dass man euch auch mal erklärt, dass es einfach nur mehr ist für einen Typ, der da steht und ein Foto macht. Das ist, was die wenigsten Leute wissen. Also, ich danke dir, dass du Zeit genommen hast und mach noch gut und viel Erfolg. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Jungs. Tschüss. Tschüss. Schau. Ich suche. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017